Hallo und herzlich willkommen zu den FIFA 13 Top 5 Toren der Woche und heute auf Platz Nummer 5. Wer wird es sein? Es ist ein wunderschöner Spielzug, gespielt von Zock Nation. Armstrong am Ball, Armstrong passt auf Teigl, den kenne ich gar nicht. Wer ist das? Ist das ein Biest oder was? Keine Ahnung. Zieht nach innen, täuscht den Schuss an, läuft nach innen, flankt auf Armstrong und der nimmt den direkt rein. Was für ein geiles Tor. Glückwunsch zum verdienten 5. Platz Zock Nation. Hier können wir es in der Wiederholung nochmal sehen. Sieht Armstrong und er fackelt nicht lang und zieht ab. Was für ein geiles Tor. Jetzt kommt aber Platz Nummer 4. Auch ein wunderschönes Tor von Ultimate Zockers mit Affelei geschossen. Er zieht nach innen, Advanced Rainbow, dann Ronaldo Job, Scoop Turn, zieht nach innen und zieht ab. Und zack, da geht er rein. Schönes Tor von Affelei. Ultimate Zockers, ich gratuliere dir zum verdienten 4. Platz. Was für ein Tor. Ich bin sprachlos. Das ist wirklich ein schöner Skillrun gewesen. Klein, aber fein. Jetzt auf Platz Nummer 3 haben wir auch ein wunderschönes Tor von Perenza Skillers mit Neymar. Neymar zieht nach innen mit dem Außenelastico jetzt, dann mit dem Fake Shot, zieht nach innen. Berber Spin, Ronaldo Job und zieht ab. Und da ist das Ding drinnen. Neymar, Perenza Skillers. Was für ein schönes Ding. Glückwunsch zum dritten Platz. Den hast du dir auf alle Fälle verdient. Hier sieht man es nochmal. Berber Spin, Ronaldo Job und zieht einfach ab. Der ist drinnen. Wahnsinn. Jetzt Platz Nummer 2. Es wird immer spannender. Der geht heute an Amateur 1976. Er läuft mit Niedermeyer über die Außenel. Läuft und läuft und läuft. Er flankt rein. Der Gegner köpft raus. Und da steht man Cukic. Und Tor. Was für ein Traumding. Also, das war einer der geilsten Vollis, den ich jemals gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch, Amateur 1976. Zum zweiten Platz. Das Tor war mit Sicherheit kein Amateur-Tor. Es war ein wunderschönes Tor. Ich finde, verdient der zweite Platz. Hier nochmal Fehler vom Gegner. Aber da steht man Cukic. Und boom, der Ball geht rein. Jetzt aber Platz Nummer 1. Wer wird es heute denn sein? Es ist der User German Beats mit einem wunderschönen Spielzug. Er passt hier mit Balotelli auf Aaron Lennon. Der zieht nach innen. Aaron Lennon sieht da unten. Gareth Bale. Der köpft auf Chicharito mit dem Bergkampfflick und Tor. Boah, das ging aber schnell. Das war ein richtig hammergeiles Tor. Wie cool da Chicharito den Gegner aussteigen hat lassen. Wahnsinn. Glückwunsch zum ersten Platz. German Beats. Was für ein geiles Tor. Hier nochmal. Zack, rüber und Tor. Richtig schön. Dein Gewinn. Dein Kanal wird eine Woche lang in jeder neuen Videobeschreibung und auf meinem Kanal verlinkt. Glückwunsch nochmal an German Beats. Dein Kanal ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und an alle anderen. Sendet eure Tore an top5tore.aol.de Oder ladet das Video auf YouTube hoch und schickt mir den Link per Privatnachricht. Bitte schickt eure Tore, Leute. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal.